Das war We Are One von Pitbull und Jennifer Lopez. Kommen wir nun zu einem für junge Leute relativ ungewöhnlichen Thema, die Rentenpolitik. Wer in den letzten Tagen in die Nachrichten geschaut hat, ist unweigerlich auf sie gestoßen. Nachdem das geänderte Rentengesetz nun verabschiedet wurde, hat sich unser Redakteur David mit dem sehr komplexen Thema auseinandergesetzt und kommentiert jetzt die Neuerung. Am 23. Mai wurde das erste Mammutprojekt unserer Bundesregierung verabschiedet. Trotz neuen Gegenstimmen aus eigenen Reihen konnte sie das Rentenpaket durchsetzen. Die Idee hinter diesem klingt eigentlich ganz gut. Wer kann schon ernsthaft dagegen sein, Langzeitarbeitnehmern oder treu sorgenden Müttern durch eine bessere Rente zu helfen? Leider ist das Konzept insgesamt nicht allzu gut durchdacht, denn es wird mit einer weiterhin guten Wirtschaft und einem relativ geringen Anstieg an Rentnern gerechnet. Laut Experten wird die Realität allerdings deutlich anders aussehen. Statt vermuteten 100.000 wird es wahrscheinlich über 250.000 neue Rentner pro Jahr geben, da mit einer Welle an Frührentnern zu rechnen ist, so der Rentenökonom Professor Reinhold Schnabel. Außerdem nützt die Rente mit 63 fast nur Leuten, die 1951 oder 1952 zur Welt gekommen sind. Ab dann wird das Eintrittsalter wieder schrittweise erhöht. Aber bezahlt wird die Rente mit 63 nicht von diesen, sondern vor allem von uns jungen Leuten. Die Zahlen sind erschreckend. Bis 2017 soll ein Großteil der Rücklagen der Rentenkassen aufgezehrt werden. Doch dann sollen die Rentenbeträge langsam steigen. Immer knapp an der gesetzlich erlaubten Grenze. Dadurch liegen die Gesamtkosten laut Professor Schnabel bei ca. 233 Milliarden Euro, von denen meine Generation ca. 100 Milliarden Euro zahlen müsste. Schon jetzt muss ein 14-Jähriger laut Wirtschaftsprofessor Martin Werding ca. 77.000 Euro mehr in die Rentenkasse einzahlen, als er später erhält. Diese Differenz dürfte nach dem nun verabschiedeten Rentenpaket noch viel extremer werden. Von der guten Grundidee ist somit am Ende nur noch wenig übrig. Stattdessen hat man den Generationenvertrag quasi aufgekündigt. Einmal mehr nimmt die heute verantwortliche Generation eine Hypothek auf die Zukunft ihrer Kinder auf, in dem Wissen, dass sie diese nie einlösen müssen. Und dann muss man den Generationenvertrag quasi auf die Zukunft der Welt verabschieden.